Hallo liebe Rasenfreaks! Ich sehe mich gezwungen, euch ein Update zu meiner Rasenfläche zu geben. Es ist dramatisch, aber ich habe es so gewollt. Am Mittwoch, von Dienstag auf Mittwoch, habe ich das danach entschieden, weil ich so ein schlechtes Gewissen bekommen habe, die Bewässerung abzuschalten, also nicht nochmal anzuschalten. Die dramatischen Verhältnisse in Deutschland mit wirklich dem Thema Dürre in aller Munde haben mich veranlasst, auch bei mir die Rasenfläche nicht mehr zu bewässern. Wir haben heute Nacht, ich sag mal vielleicht ein, wenn es hoch kommt, zwei Liter Regen gehabt. Seit dem 1. August, gerade im letzten Video erzählt, da hat das letzte Mal kräftig geregnet. Dann habe ich noch einmal die Woche ungefähr gewässert, so wenig wie möglich. Jetzt habe ich aufgehört. Mittwoch, heute ist Sonntag. Heute ist Sonntag der, ich habe es wieder vergessen, 14. Sonntag, der 14. August. Oh Mann. Ey, ja, ich bin schon völlig durch. Und der Rasen kollabiert. Da, wo es sowieso schon kritisch war, da geht er jetzt kaputt. Ich wollte es euch nochmal zeigen. Wollen wir nochmal rumlaufen? Ja, wir laufen nochmal rum. Also überall sieht man das jetzt. Hier so auch an der Südkante hier, hier in diesem Bereich, wo es immer schon ziemlich kritisch trocken war, kommen jetzt überall hier so Trockenstellen. Hier alles mittlerweile trocken. Hier auch schon wird es braun. Richtig, richtig übel. Da mein Trockenheitsspot, der ist mittlerweile ganz braun schon. Und die Eicheln, die fallen alle vom Baum. Hier, das ist, da ist schon gar nichts mehr da. Also noch ein bisschen gerieben und es kommt der nackte Mutterboden raus. Die Wollrasenfläche, die sieht noch relativ gut aus. Aber ganz schlimm ist es eben in meinen beiden oder drei Problemzonen. Durchgang, der Hügel vom Abschlag und der Abschlag selber. Da gehen wir ja schon mal schnell hin. Das Video ist schon vorbei. Das ist Wahnsinn. Hier auch. Alles wird immer brauner. Besonders die Pore, die krebelt schon wieder. Da überall braune Stellen. Vertrocknet, vertrocknet, vertrocknet. Hier habe ich ja extra, ich weiß gar nicht, wie ich es schon gezeigt habe, extra neuen Rasensprengern, neuen MP-Rotator installiert, um diese Trockenheitsstelle endlich mal in den Griff zu kriegen. Da hat auch nichts gebracht, wenn man ihn nicht anschaltet. Hier, ne, ist doch nicht ganz richtig ausgerichtet. Hier ist es schon richtig vertrocknet. Wo es sowieso immer so kritisch war. Auch hier in den Bereichen an den Rändern. Mittlerweile total trocken. Hier kommt überall schon das tote Gras durch. Und dann hier oben auf dem Abschlag. Das sieht man so richtig. Ja, auf dem Abschlag und hier auf dem Hügel. Hier oben war es immer schon relativ trocken. Und das ist natürlich jetzt nicht besser geworden. Weil beim Abschlag habe ich auch noch einen neuen Sprenger installiert. Weil der eine Rasensprenger, der eine Regner hinten in der Ecke, nur immer den vorderen Teil hier gewässert hat. Der sieht auch noch richtig gut aus. Hier war es schon ganz trocken. Wahnsinnig. Und dann habe ich jetzt hier an der Stelle einen zweiten Sprenger installiert. Und wenn man die natürlich nicht anmacht, wird es natürlich jetzt auch nicht besser. So, diese Fläche hier sieht noch relativ gut aus. Erstaunlicherweise. Ich meine, die habe ich auch besonders oft aerifiziert und gesandet. Ob das der Grund ist, weiß ich nicht. Vielleicht auch, weil sie ein bisschen stärker im Schatten liegt. Die Fläche wird natürlich ein bisschen jetzt hier auch in den Abendstunden vom Haus beschattet. Im Gegensatz zur anderen Fläche kann ich aber nicht genau sagen. Was dramatisch ist, ist hier meine hohe, mein Raff, mein Semi-Raff. Da hinten, wo ich um den Baum herum immer wieder gelüftet habe, um die Zwetschen aufzunehmen. Und jetzt seht ihr, was passiert ist. Der Baum ist hin. Der Baum ist bei einer Eilung auseinandergebrochen. Hier ein riesiger Ast so weggebrochen. Und dieser Ast hier, der ist auch schon richtig tief eingerissen. Der hatte ich schon einen Spalt von 1 cm. Absolue Katastrophe. Und jetzt haben wir uns entschieden, tatsächlich diesen Baum runterzunehmen. Sehr, sehr schade, ich weiß. Aber verheimlichen kann ich es ja sowieso nicht. Also, ja, die Zwetsche ist hin. Und um die Zwetsche herum habe ich immer gelüftet. Und das hat der Rasen überhaupt nicht verkraftet. Die sieht man überall jetzt hier in diese braunen Stellen. Da auch natürlich auch, wo die Sonne richtig morgens drauf knallt. Und hier ist jetzt alles, alles braun und auch am Vertrocknen. Das Gras ist auch echt schwach, lässt sich leicht ausreißen. So ein Thema Gräser, wenn wir jetzt ganz demnächst ein ganz, ganz wichtiges Video bringen zu diesen Gräsern hier, die ich überall in der Fläche hier habe. Das ist ein kleiner Spoiler. Spoiler ist das nicht. Das ist angeteasert. Ich habe es angeteasert. Weiß das, glaube ich. Ja, also wir haben ein ganz spezielles Gras hier in der Rasenfläche. Ihr könnt ja mal erraten, was es sein könnte. Ich kann einen Tipp geben. Es ist nicht die Poano. Ein ganz spezielles Gras. Und das Gras hier ist das schlimmste Gras überhaupt. Aber das kommt am neuen Video. Bald. Wir werden es bringen. Und ja, darüber gibt es dann episch zu reden. Auf jeden Fall, hier ist alles vertrocknet auch. Ich kann es nicht ändern. Schauen wir weiter. Also wirklich überall hier, immer an den Rändern, immer da, wo jetzt irgend so eine Kante ist. Ob das jetzt Metall ist oder ob das jetzt hier der Übergang zum Beet ist. Immer an den Rändern wird es besonders schnell trocken. Das ist natürlich gegen den Golfplatz, was ich auf Insta gezeigt habe. Gegen den Golfplatz ist das natürlich lächerlich. Aber klar, wenn man überhaupt nicht bewässert, bei diesem Sommer wäre die Fläche auch bereits komplett tot. Ja, interessantes Thema, wie wir damit in Zukunft umgehen. Ich bin sehr gespannt, was ihr da so für Ideen habt, wie man damit umgehen kann, was man machen sollte. Wir hoffen jetzt alle auf Regen. Nächste Woche soll es losgehen. Jetzt am Montag, Dienstag soll es jetzt endlich Gewitter geben, endlich Regen geben. Und dann wird natürlich die Fläche ruckzuck sich wieder verändern. Hoffen wir mal. Und ich hoffe noch mehr, dass nicht irgendwelche Lücken übrig bleiben, die ich dann nachsehen muss. So liebe Rasenfreaks, das war es jetzt. Zum Thema die Trockenheit breitet sich auch beim Rasenfreak hier rasant aus. Und ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ihr werdet es sehen. Und wenn ihr andere Videos von mir schauen wollt, das ist hier das neueste Video. Und das Video hat der Algorithmus für euch ausgesucht. Und da könnt ihr mich abonnieren und einen Daumen könnt ihr mir auch geben. Nein, nicht schwenken nochmal. Ich zeig nicht so tief. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. 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 Tschüss.